Mann los geht die Fahrt, jahoo! Hallo Leute, einmal bitte an schneiden bitte! Wir waren Volksfest. Vielleicht bekommen die so einen coolen Effekt drauf, das wäre cool über meine Stimme. Bitte schneiden sie sie an, es geht los, 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 los. Erste Runde startet, halten sie sich fest. Jetzt sag ich auf ein Janemal. Ja, wenn man auf so einem wilden Maus oder so was ist. Oder so diese Breakdance-Geschmarrida. Es gab eine Sache beim Volksfest, die fand ich mal richtig geil. Und zwar ist es so eine Art Teller-Dings, wo du dich reinsetzt und alle am Rand hocken. Und dann dreht sich das komplett im Kreis. Also auch waagrecht und senkrecht und du musst dich einfach nur noch festhalten. Es gibt kein Gurt oder so, wo du dich festmachen kannst, sondern du musst dich da wirklich festhalten und hockst mit dem Rücken zur Wand. Das ist halt mega nice immer, wenn da deine ganzen Füße schweben und so. Ich hab mal gefragt, wie das mit der Security ausschaut oder mit der Sicherheit der Leute. Wenn die loslassen, fliegen die ja voll auf die Fresse. Ja. Ja. Juckt ihr aber nicht, ne? Oh, hallo Leena. Ja, ja. Der Typ, der Typ hier, Hund, Unterwosen, der kann das. Rufen sie mich einfach an. Und dann zeig ich ihnen mal, wo der andere Schlüssel ist. Ja, Entschädigung, 0 Dollar. Ja, so will ich das sehen. Servus und willkommen zu einem neuen Mitarbeitergespräch. Ja. Ich möchte das um ein spezielles Thema, was sie und mich besonders trifft. Okay. Was trifft sie am Herzen, mein geliebter Mitarbeiter? Also, Chef, wissen Sie, das erste, was mich bedrückt, ist die ganze Zeit mein Gehalt. Ich bekomme viel zu wenig. Ja, sie weiß noch zu wenig Arbeit im Moment. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe frohen Kinder und wissen Sie, meine Frau ist schwanger. Aber ich war die letzten zwei Jahre nicht da. Wie kann sie dann schwanger sein? Und ich weiß nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, vielleicht vertrügt sie. Nein, das habe ich sie schon gefragt und sie hat Nein gesagt. Also, ich glaube nicht, dass es das sein wird. Okay, wir schauen gegen mehr Gehalt. Okay, danke, Chef. Und sonst gefällt es Ihnen bei der Hundegang. Ja, sonst ist alles super, danke, Chef. Hallo und willkommen zurück zu GTA Online mit Domi. Hallo. Ja, Freunde. Bisschen an einem anderen Ort statt mir. Ja. Und jetzt würde ich sagen, die Arbeit rufen, ne? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ja. Der Song, jetzt geht's los in Reitschentown. Ist in Arbeit, Leute. Irgendwann frage ich Reitschentown, ob er Lust hat und dann nehme ich seine Stimme auf. Und meine auch. Oh ja, Helikopter. Ich geh mein Helikopter. Oh, deiner brennt. Soll ich bei dir reinsteigen? Der brennt? Au, der brennt auch. Aua. Aua. Oh ja. Mach mal schön drüber. Nein, bitte nehme ich mit. Bitte, mein Freund. Danke. Sehr freundlich. Hallo, Lady. Oh. Warum fährst du deine Mutter um? Das war deine. Oh. Ja. Ups. Guck mal. Guck mal. Das ist eine Granate. Hui. Oh. Und das ist ein Unfall. Ein bisschen Unfall. Und das war knapp. Du. Ja. Alter. Tricksab. Hey. Perfekt. Absolut grandios. Hui. Digga. Oh. Ups. Mann. Alter. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Das war nur Spaß. Ah. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Ich wollte das Auto vor uns treffen. Weil es hat uns ausgelacht. Das hat über uns gelacht und geschimpft. Und gesagt. Haha. Was für Opfer. Das hab ich bis dahin gehört. Und hab ich die halt. Wollte ich die treffen. Hallo Polizei. Oh. Alter. Ich bin voll hin da rein gef... Tut mir leid Polizist. Na. Sind sie wieder auf dem Bein. Das ist gut. Das ist super. Aua. Und das sieht er nicht. Ja. Oh Gott. Bitte. Typ fallen sie runter. Oh. Danke. Wir müssen zum Schiff packen. Wir müssen noch auf dem Schiff bleiben. Dann geh ich runter. Hallo. Äh. Oh. 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 Bist du tot oder runter gesprungen? Ich bin runter gesprungen. Ach so. Reise. Hei. Oh. Aua. Ich bin hingefallen. Kannst du dich so tragen oder... Bist du zu fett? Äh. Kann sie so tragen. Okay. Ich hab sie... äh. Santascha weiß. Aua. Ja. Ja. Wir sind toll. Ja. Wir sind super. Wir sind so toll. Ja ja. Ich hab auch nochmal super toll um die Kurve. Ui. Hallo. Okay. Gleich um die Kurve. Gleich um die Kurve. Das Griechen. Bremsen. Und driften. Und voll dagegen. Ja geil. Dann ein bisschen richtig rumschlittern. Und um die Kurve. Okay Freunde. Das war's von dieser Folge von GTA Online. Wenn's euch gefallen hat, lasst den Daumen nach unten da. Lasst ein Abo da. Ja. Schau bei Domi vorbei. Schau bei Reitschel vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Halleggi. Tschau. Tsch lovely. Schnellfliehen, ööhö. Aua ich hab am Schossen. damit hier war es candiesfallán. Tschö. Da.